Welcher große Publisher macht im Moment Ruhm Bekleckerung? Also an sich läuft es bei Blizzard wieder okay. Also Diablo 4 hat ja die Erwartung finde ich schon erfüllt für viele. Klar, du wirst nicht alle zufriedenstellen wie bei jedem Spiel, was gehypt wird. Es wird immer Leute geben, die sind da angepisst und sagen, Diablo 2 war besser, PoE ist besser. Meine Mutter kann ein bestes Spiel machen. Ich fand Diablo 4 Beta gut. Inzwischen treffe ich den Gegner einmal und BoGi ist wieder aufgefüllt und kann ja nochmal einen Stun machen gegen den. Wobei Spinnen ja nicht das Problem waren. Spinnen habe ich immer gut auseinandergenommen. Ja vor allem bei großen Spielserien wirst du es eh nie den Leuten recht machen können. Ich denke, wir können hier weitergehen. Ich denke, wir können hier weitergehen. Hat auch zeitlich gepasst. Oh, wunderschöner. Es gibt immer mehr zu finden. Ich bin mir gefüllt. Ich bin mir gefüllt. Ich bin mir gefüllt. Ich bin mir gefüllt. Oh. Da ist wieder so ein sicher Typ. Don't worry, you'll barely feel it. Let's make you triple! Dramatic fire! Boogie-boom! Also Elden Ring ist kein AAA-Titel und hat alle zufriedengestellt. Star Wars würde auch alle zufriedenstellen, wenn es keine Performance-Probleme hätte. Hi, Him-Jum! Wobei man sagen muss, auf der Konsole lief es ja anscheinend wohl ganz gut auf der PlayStation Pro oder so. Du hast mit allen Karten, die über die 3000-Serie und 4000-Serie gehen, in Jedi Survivor Probleme auf dem PC gehabt. Okay, boom! Und dann? Ja! 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 ich habe doch gesagt allen ring ist kein triple a also ein double a sondern triple a titel deshalb und es ist ein titel alle haben den für gut gefunden ich habe nichts durchgespielt aber trotzdem weil sie als allen ring ein herausragender titel war er ist auch der auch zurecht glaube ich spiel des jahres wurde du kannst gucken bei himium bei dem maze force be with you patch also den mod den kannst du einfügen das macht die performance noch ein tick besser und du darfst hat kein rtx benutzen witzigerweise sagen die entwickler rtx zurzeit selbst mit 40 90 sollte man die finger davon lassen und ist auch so die performance geht eigentlich absolut in keller und das ist eigentlich das bittere am Das war's für heute. Aber wenn du jetzt erst angefangen hast da zu spielen, hast du ja schon den verbesserten Patch. Die Performance war ja noch schlechter am Anfang. Schande über euch, ich bin wenigstens zu schlecht um es zu schaffen. Du könntest dich einfach anstrengen. Das ist streng. Hm. Ja. 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 Und kommen direkt die nächste, ey. Also ich habe nicht alle Spiele durchgespielt, die ich auf Steam habe. Das hat schon damit zu tun, dass ich früher noch alle Spiele angenommen habe und alle Spiele registriert habe, die mir geschickt wurden per E-Mail einfach. Du kriegst ja so viele Random Keys einfach zugeschickt, wo gesagt wird, ja hier hast du deinen Key, kannst du ja mal testen, wenn du Lust hast. Dann guckst du dir das Spiel an und denkst dir so, ja, nee. Ja, ich habe sogar ab und zu mal Spiele aus meinem Account gelöscht. Die Schlange dreht übrigens wirklich den Kopf in deine Richtung. Jetzt muss ich nochmal ganz außen rum, weil ich die dämliche Tafel jetzt noch geholt habe. Na, vielleicht nicht ganz. Was ist das denn für ein Beschiss? Das ist das für ein Prinzip. Das ist das für ein Illespère. Los geht's! Ach Boji, du musst mir jetzt nochmal zeigen, wo ich lang muss. Zwei meiner Top-Games sind Ideal-Games Moment, zwei von deinen Top-Plate-Games 2020 sind Ideal-Games, auf Platz 2 ist Stellaris, also müsste Stellaris ein Ideal-Game sein für dich. Du kannst natürlich auch mit rein KI spielen und nur zugucken, was die machen die ganze Zeit. Du kannst ja auch in Aquarium mit 4.0. Fischen kaufen, zu anstrengend. Fischen Ach ja, du kleines Ding ey, wärst mal ne Kröte. Fischen Wie das Finish-Fenster? Es gibt kein Finish-Fenster. Du kannst finishen, wenn du die Stands auf Null bringst. Also die Stabilität von denen. Dann komm nicht nur ins Wanken, sondern du kannst sie mit X finishen. Ansonsten kann das noch zufällig passieren. Ja, es ist halt die Sache, dass die Stangenwaffe einfach heftig ist. Weil die da so viel abzieht. Und wenn Boji dann auch noch mit dem Windstoß trifft, kannst du manche Gegner relativ schnell runter drücken auf Null. Vor allem die Spinnen zählen eh nicht. Die Spinnen sind schon relativ früh Abfall geworden. Abfall 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 Also das Game Returnal traue ich mich bis heute nicht. Returnal? Achso, Returnal. Das war das Playstation-Exklusiv-Spiel, was für ein PC rausgekommen ist. Naja. Ja, damit habe ich nichts zu tun gehabt. Zu der Zeit habe ich was anderes gespielt. Äh... Boji, wo bist du wieder? Du musst mir zeigen, wo ich lang muss. Abfall 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 Anwalt Abfall 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 Ich bin nochmal hoch. Nervenbosse nicht immer. Sind die davon nicht extra im Spiel drin? Wie komm ich denn da drüben hin? Ah. Super. Top. Geine Nummer mit den Steinen. Bin total beeindruckt. Just a few steps. Let's go. Der Hund hat sich gewälzt und gefurzt. Best I am. Mmh, 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 tasty. Mmh, 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 tasty. Don't worry. You'll barely feel it. Mmh, mmh, mmh. Don't worry. You'll barely feel it. Oh, das gibt's doch nicht, dass der mir ausweicht, ey. Du hast jetzt wieder volle HP. Weil ich zu weit gelaufen bin, wa? Ah ne, da ist ein anderer. Oh, ich... ich geh am Stock. Nein, lass mich sterben! Vor allem ist es so geil. Eingefroren, zurückgeschleudert und trotzdem tot. Ah... Wir verlieren keine Kraft, oder? Oh, geh sie! Was ist das? Oh, das ist das. Oh, und ich will nochmal sagen. Oh, das ist das. Ich werde noch nicht vergessen. T путäden, dass du privat her Training für einst. Wo ist das? Oh, Herr. Oh, das ist ein gutes Zeichen, oder? Oder an den Weg zu machen? Was hier nicht so gut? Ich dachte mir einfach auf die Eier gehst, ja. Boah, es kann doch nicht sein, dass der wirklich überlebt, beziehungsweise der Stun nicht durchkommt. Ich bin bereit, Faren. Ah, ich fühle mich schon besser. Ich weiß nicht, ob sie sich am Anfang wirklich gedacht haben, dass es eine gute Idee ist, diese Kombis anzubieten. Ah, ich weiß nicht, ob sie sich an, ob sie sich an, ob sie sich an, ob sie sich an. Alter, wie kann das sein, da ich da verfehle? Wo sind wir hier? Oh gee, zeig mir wo lang. Das ist der Aufstieg in den ersten Turm. Das ist der Aufstieg. Das ist der Aufstieg in den ersten Turm. Der Aufstieg in den ersten Turm. Der Aufstieg in den ersten Turm. Der Chat ist so still geworden. Ihr seid von meinen Fähigkeiten einfach so begeistert. Jetzt gibt es also doch noch andere Generäle. Ich dachte, die waren Fake. Das verstehe ich mit dem Monitor anstaunen. Fahre in den ersten Turm. So stumpf sinnig und doof der Name ist, man merkt ihn sich wenigstens. Fahre in den ersten Turm. Ja, hängt der natürlich fest, weil der natürlich manifestiert wird da drin. Äh, könnt ihr mir vielleicht noch mehr Gegner schicken? Ich meine ja nur. Könnte halt sonst ein bisschen langweilig werden wie vorne. Fahre in den ersten Turm. fahre in den ersten Turm. Go get them! Da drüben muss ich hin. Glaub ich. Will's schon extra so machen, damit der nicht runterfällt und was macht der? Ja. Ich fühle mich besser. Ich bin bereit. Es ist so toll. Ich bin bereit. So weit meine ich, die haben die Gegner jetzt einfach nochmal so angezogen, dass er die einfach abfacken will. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Was ist los? Audio. Tuck, 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 tuck. Absturz, oder? Nee. Aber wir sind kurz davor. Ich spüre es. Dann muss ich da ganz woanders hin, wenn ich das aktiviert habe. Aber vielleicht ist irgendwas unten, was ich dann nutzen muss. Und das da oben ist total irrelevant. Da musst du nicht lang laufen. Das ist so schweißtreibend. Jetzt wo ich die Lüfter ein bisschen schneller eingestellt habe vom Gehäuse, kommt die ganze Abwärme mal in den Raum. Okay, nur in Shorts vom Rechner sitzen. Gucken wir mal einfach. Ja. Was läuft da unten lang? Tuck, 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 tuck. Das Geile ist halt irgendwas mit dem, mit der Ecke da zu tun. Was ja auch schon wieder total merkwürdig ist. Da vorne ist die Karte von dem Gebiet. Das ist die Karte von dem Gebiet. Das ist die Karte von dem Gebiet. Das ist die Karte von der Glocke von der Glocke von der Glocke von der Glocke von der Glocke. Mh, hm, 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 tasty. Ja, Giftimmun ist immer höher als, ähm, ja, den anderen Kram hier. Ich glaub, hier müsste eigentlich einer von den weiteren, äh, Generälen sein. Es tut mir so leid mit dem Soundtrack. Ich weiß nicht, ob es am Meer liegt oder am Spiel liegt an der Stelle. Wir hatten es halt bis jetzt nicht und ich hab jetzt nicht großartig was verändert. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht großartig ist. das gesehen da unten war der ich muss sagen ich habe gestern übrigens aus Langeweile Star Wars Episode 1 geguckt und habe dabei so gedacht boah Jar Jar Binks war richtig kacke ey der wird doch im Alter nicht gut da musst du mir nichts gerade denken wegen dem General sie machen General aus mir voll mega heftig General und Was ist das? Was? Habe ich nichts mehr? Moment, das kann nicht sein. Hier muss da unten was sein, oder? Was willst du von mir? Geh weg! Sei nicht so schnell! Geht doch! Es ist ein Blut! Geh weg! Dunkel-Lachsrot, genau meine Farbe! Hier, Michael! Wir waren Jar Jar Binks in Episode 7 bis 9. Läuft da dann nicht einfach mal im Hintergrund? Nein. Episode 2 läuft doch irgendwo mal im Hintergrund rum. Wie kann man nie Star Wars gesehen haben? Ich habe doch gesagt, wir kann man nie Star Wars gesehen haben, alle. Jeder ernsthafte Trekkie weiß doch, es gibt nur Episode 4 bis 6. So in etwa, ja. Am besten hat mir der Star Wars gefallen mit dem... Mit den Wahlen und der Zeitreise. Wir wollen ja nicht, dass ihr den Todesstern aus Star Trek baut. Perchöreste. Ich bin ja nicht der Stび, der es sind. Im Hintergrund von der Überpassung. Wir haben noch mehr in die Pfle. Ins现在 etwas zu浮en von den Sprecher. Das ist einfach so, ich weiß nicht. Oh Gott. Oh Gott. Es ist einfach. Es ist einfach nur zum HSomething, die sind nicht zu, Nein, du musst keinen Star Wars geguckt haben. Schon okay, wir kommen damit klar. Safe Space ist für alle da. Das war auch in Star Wars Nemesis, oder? Da hat Delta sich doch geopfert, um die Naboo zu retten. Gibt so gute Plots. Ich dachte, das war ein Firefly. Ne, bei Firefly weißt du doch, das wurde doch... Das wurde doch nie abgesetzt. Das war die Ich weiß übrigens nicht, ob ich richtig gehe, aber so ist das halt. Cool, schaffst du. Nein, die wollen mich alle töten. 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 Und dass er ihn sofort begleiten muss, nachdem er Jar Jar Binks gerade erst kennengelernt hat. Tschuldigung. Irgendwie muss ich da... Hier, dann links. Oh, fliegen wir so viel einfacher in dem Spiel. Das war nicht Data, das war der Reisende. Sorry, hör keinen Podcast. Da kann es dir selbst Time Out geben, wegen Spoiler. Und der Reisende wollte nur jemanden finden, um seine Lümmeltüte irgendwo reinzustecken. Die Einsamkeit hat es reingetrieben. Ich muss sagen, das ist hier gerade ein bisschen scheiße, mit Zweilen auf einmal. Shit. Ich muss ja leider den einen jetzt ein bisschen austricksen. Warum darf ich dich nicht finishen? C3PO hat die endgültige Frage auf den Sinn des Lebens wiedergegeben. Die Antwort auf den Sinn des Lebens. Die Rechtleistung von C3PO ist da viel zu schlecht. Noch eine Abkürzung. Oh Gott sei Dank. Ich fasse es nicht. So eine Kackpratze, ey. Daut eine Sekunde vorher auf. So eine Kackpratze, wie ich dr gäbe. Ach, da ist der andere Turm, wo ich rein muss. Ich werde überlegen, ob hier noch ein General ist, aber nee, das ist der Turm zum Reinlaufen. Aber ich kann es mal aufhören, schnellere Attacken zu machen als ich. Ja, ich kann es mal aufhören, aber ich kann es mal aufhören. Entschuldigung, ich musste mal kurz ins Loch gehen. Oh nein, ja, ich weiß, da hoch. Oh nein, nicht der, wenn ja beingis hahnlos wie die Kokosnuss. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. War ich da nicht schon? Hallo Bomber, schönen guten Abend. Ach, das geht doch nicht. Du kannst doch hier auf der Karte was markieren und dann kann ich das da überhaupt nicht hin. Ja stopp hier war ich schon. Vor allem glaube ich, dass Boji mich wirklich hier hin geführt hat, also ist er eigentlich schuld. Oh! 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 Da geht's nur bergab. Ja. Getting better already! ich krieg den rappel super anzeige hmm this place reminds me a damn maze a cursed labyrinth you know that game where you shouldn't touch the floor oh but now that I think about it you'd die if you slept up here hmm your description's probably more fitting you know games I saw some bored black claw clan soldiers playing it drunk when I was observing them while being invisible that explains why they never get anything done hmm